Superbam von Marvin Vlogt und Pukki Die Superbam App mit Stickerpacks, Soundpacks und exklusiven Inhalten ist jetzt erhältlich im Google Play und App Store Link in der Videobeschreibung Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Ja Freunde und heute gibt es wie immer eine Folge Broil Broil Stau Was geht Pukki? Moin Moin Moin, hi, warte mal, warte mal Ich starte jetzt mal, oh Gott, ach du Kacke Ich habe eine coole Idee für das Video Moment, 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 Moment So, jetzt bin ich voll am Start Oh mein Gott, das ist die Alkoholbrille, ne? Ja, Alter, das ist echt schlimm Ich mache jetzt mal so ein Opening einfach, du hast du fahren, so ein bisschen Okay, Christoph von Koschnetzen Ja, ohne mal, aber egal Weißt du, was jetzt noch fehlen würde? Ne Das Hawaii-Hemd Oh Gott, okay Mal weitermachen oder, oder, äh Leute, heute gibt es was richtig krasses Denn wir werden heute ein Battle machen Ihr seht gerade auf der anderen Seite Pukki Und zwar, wir machen heute den neuen Brawl Pass, Leute Dort gibt es ein Battle, ja? Gestern gab es ja schon bei mir ein krasses Video Und zwar alter Brawl Pass versus neuer Und heute werden wir ein Brawl Pass Battle machen, Leute Es wird richtig krass Wie gesagt, das gleiche werden wir bei Pukki auch drehen Jetzt nicht genau das gleiche Aber wir werden auch ein Brawl Pass versus Brawl Pass Video machen Checkt das unbedingt ab, Leute Sobald es online ist, werde ich es euch unten verlinken Es ist richtig krass geworden Und ja, Leute Ich würde sagen Ja Jams sind aufgeladen Creator Code Pukki ist eingegeben, wie sich das gehört Und Auf Ehre Mach das gerne mal Bist du bereit? Ich bin ready, ja Und jetzt auch ohne der Brille Weil sonst kotzt es mich hier gleich an Okay Dann Ich würde es erstmal nochmal erledigen Und zwar einen Brawler Abholen hier Damit wir schon mal ein, äh, mehr haben Und jetzt, ähm Könnten wir auch eigentlich direkt schon starten Okay, nice Ja, wenn ich mal sagen Lass mal starten Let's go Wir kaufen die Stufen Und Abfahrt Schreibt mal gerne unten in die Kommentare Was meint ihr, wer wird gewinnen? Also ich sage auf jeden Fall Ich gewinne hundertprozentig Weil ich bin einfach krass So Okay Dann cell mich jetzt erstmal ganz bis zum Ende durch, ne Also Genau So cellen bekommen Und das seht ihr jetzt in einer Zeitrafferaufnahme Ich bin durch Ja, du bist schneller als ich So ein bisschen, ja Let's go Wie gesagt, gehört abholen wie wir wollen Ich gebe den Tipp Ich würde erstmal an deiner Stelle so Ich bin Meister Ich würde erstmal, äh, die abholen die du musst Das heißt den Brawler Und gleich Surge auch noch Damit du für ihn auch noch, äh, Powerpoint die kriegst Aber das kann dir, die überlassen sein Ja, ne Ich mach das, ich mach das so wie du Also Das Ding ist die Powerpoint Die kann man sich ja nicht mittendrin abholen Na, da ist ja immer noch der Bug am Start Ja, das stimmt Aber beim Rest funktioniert es auf jeden Fall So Ich habe schon deine Strategie Ich will jetzt erstmal Erstmal, äh, die Megaboxen Hebe ich mir, glaube ich, erstmal auf, ne Vielleicht ist das ja ganz klar Oh, da habe ich noch den ersten Brawler gezogen, Leute Ich habe Kevin gezogen Oh nein, ey Nein Spaß, okay, das geht mal leid Also Ich werde das Battle sowas von safe gewinnen Ich habe nämlich eine richtig gute Strategie Da bin ich mal gespannt, ob du die hast So, eine Brawlbox, hier eine Bigbox, come on Okay, ich ziehe zwei Sachen Macht Spaß Ich schaue, ob das Powerpoint jetzt funktioniert Und Powerpoint die für Shelly abholen Nein, es geht nicht Ja, man, älter als ob dieser Bug immer noch am Start ist, äh Das ist ja echt, 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 echt schlimme, ey So, ich habe hier was Neues Und es ist Kevin Okay, okay, okay So, also ich gehe jetzt einfach mal unten entlang Und hole mir erstmal unten das Ganze Äh, bis ich bei den Powerpunkten bin Und dann hole ich mir oben den Rest Ich glaube, das könnte ganz schlau sein Ich habe keine Knozschüssel Okay, ich habe die vorgegebenen Brawler jetzt schon mal gezogen Das heißt, ab jetzt ist alles offen Und jetzt wird auf jeden Fall ordentlich rasiert Brudi, das musst du natürlich für dich selber wissen Aber ich würde aneinander stellen Weil du hast jetzt ja eh schon ein paar Folgen hier in den Brawler als Basics So sechs Stück habe ich ja Ja Ich glaube, du hast auch sechs? Ja, sieben habe ich schon Lass uns erstmal alle Gammelboxen Große Boxen und Brawlboxen abholen Weil dann kriegen wir Powerpunkte für die Wir brauchen die eh am Anfang nicht Ja, das können wir so machen Okay, ich ziehe was Neues Es wird jetzt Jucky sein, was meinst du? Ja, ich sage Karl Du sagst Karl, ich sage Jucky Ja Zehn Euro Wette Okay Okay, Zehner Let's go Und es ist Oh Mann, ey Keiner kriegt von uns was Schade Marmelade Na gut Also erstmal die ganzen Brawlboxen und Bigboxen Die Megaboxen nehme ich mir jetzt einfach mal auf Dann gucken wir weiter Da ist auf jeden Fall einiges am Start Also 70 Stufen sind schon eine Menge Es sind halt nochmal zehn Stufen mehr als beim ersten Als bei der ersten Season Das ist schon heavy auf jeden Fall Ja, es ist echt krass Oh nein, ich ziehe was Neues Oh, 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 oh Und es ist Frank Noll Als ob Nein, ich ziehe auch was Neues Die Superceller, die Schade Ich versuche mal, ob das Powern jetzt klappt Nein Oh mein Ich kriege wieder eine Megabox Ja, das ist halt absoluter komische Bug, Leute Ich weiß nicht, was da passiert ist bei der Programmierung Aber irgendwas funktionierte anscheinend gar nicht Na ja Das ist eines der komischen Bugs, die es gibt Aber ich sage dir Es klappt nicht, wenn du Megaboxen öffnest Und dann die Powerpoint haben willst Das geht Ich habe ich auch getestet Good to know Ich habe den Boxer gezogen Ich habe den Boxer gezogen Let's go Okay, jetzt habe ich halt leider schon mal jeden seltenen Brawler Ob das jetzt so schlau war Wahrscheinlich eher nicht Für die neuen verbleibenden Lul Die mussten natürlich auch mal ziehen Aber Ja gut Ich probiere es mal mit den Powerpunkten Ich hole sie mir mal für den Boxer ab Und Ne, funktioniert nicht Sechster bleibende bei einer Megabox Und es ist Jackie Let's go Die Baumeisterin Das ist krass 2 von 5 Nein, ich ziehe auf was Neues Und es wird sein Bitte nicht die Boxer Bitte nicht, bitte nicht Oh, Pipa Oha, Junge, du rasierst ja anders Okay, da muss ich jetzt echt mal aufholen Warte mal Ich komme, ich komme zurück Let's go Zack Pam, pam, pam Jetzt die nächste Big Box Perfekt Powerpunkte Sehr gut Hol ich mir für den Boxer Dann wieder eine Big Box Ja, jetzt Jetzt wird es auf jeden Fall funktionieren Das sage ich dir Nächste Megabox Ist nichts drin Okay Ja, also es wäre auf jeden Fall gut Wenn der Bug nicht existieren würde Ich glaube, dann hätten wir es doch noch mal Um einiges einfacher Für die neun verbleibenden Aber ich schätze mal Der wird bald mal auch gehoben Ja, das stimmt Sechs verbleibende Ich ziehe was Neues Jetzt bitte nicht die Boxerin Bitte kein super seltener Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Und Okay, okay Ah, ein seltener Ich habe den ersten Der erste Brawler Ist einfach mal bei Rico Let's go Kann man mal machen Rico So Und Oh, Penny Penny, Penny, Penny Penny ist am Start So langsam jetzt habe ich Jeden super seltenen Und seltenen Und noch keinen besseren Also Search natürlich Den ich mir da abgeholt habe Aber sonst ist da echt noch nichts am Start Sehr, sehr weird Das ist auf jeden Fall gleich mal was fettes kommt Und fünf verbleibende Ich muss jetzt leider eine Megabox öffnen Bitte gönne ich bitte nicht Fünfer bleibende Sehr gut Powerpunkte Die gebe ich mal dem Brocky Brock Brock Weiß nicht ob das schlau war Aber naja Let's go 200 Gold Powerpunkte Perfekt für Brocky Brock So, ich kann auch Power nicht überlegen Wenn Power ist Ich ziehe was Neues Schade Oh, Pipa Ja, oh Pipa ist am Start Sehr schön Vier verbleibende in der Megabox What the fuck Was geht denn jetzt ab Okay Was haben wir hier noch Da kommen Ja gut Da kommen Oh, da kommen noch die 500 Powerpunkte Oben kommt aber auch noch einiges an Powerpunkten Boah, ich bin gespannt Okay, ich ziehe wieder einen neuen Brawler Oh mein Gott Nein, ich ziehe auch ein neues Auf drei Ja, ich hab schon Sorry Das ging mir ein bisschen zu schnell Okay, also ich hab jetzt jeden seltenen Und super seltenen Und ich hab noch keinen einzigen Brawler Auf Power 7 geupgradet Aber kann jetzt gleich Vier auf einmal machen Das ist ganz gut Das ist ganz gut Damit kann man auf jeden Fall Glaube ich ganz glücklich sein Das stimmt Damit kann man Sollte man arbeiten können Oder Kickbox Ja, auf jeden Fall So, noch ein Pin Komm Powerpunkte 200 Stück Die kommen auf den Bali Und jetzt mach ich auf jeden Fall Ein paar Upgrades Fünf Brawler sind auf Power 7 Das ist krass Komm, ich brauche uns Den legendären Und neuen verbleibenden Alles gleichzeitig Oh, ich ziehe was neues Let's go Okay, ich mach mal kurz Powerpause So, ich hab jetzt drei Gadgets Kann ich ziehen Wie sieht's bei dir aus? Ja Hahaha Ich hab Gene gezogen Let's go Holy shit Nice Das ist doch mal geil Aus einer Big Box Einfach mal Das ist krass Richtig, richtig sick Damit hab ich grad gar nicht gerechnet Holy shit Leute Lass mich Das war auf jeden Fall gut Genius Kann man schon mal machen Nein, ich ziehe ein Gadget Ganz unlucky Big Box Come on Pin Okay, okay Ich mach nochmal einen Upgrade Leute, vergesst mal nicht Macht beim fetten Giveaway Mit der Pookie und ich Verlosen iPads, iPhones Boxerboxen Game Sticks Airports und vieles mehr Alles was ihr dafür tun müsst Ist Pookie abonnieren Leute Und mich Und ich würde sagen Der Pookie erzählt euch mal ganz kurz Wie das genau abläuft Und erster Link unten in der Videobeschreibung Kommt zum Link Aber er erzählt euch nochmal ganz kurz genau Wie das abläuft Wenn ihr mitmachen wollt Ganz einfach meinen Kanal abonnieren Marvin Vlogts Kanal abonnieren Im Anschluss auf 1mio.scheißboxer.shop gehen Link unten in der Videobeschreibung Und einfach eure Handynummer eintragen Dann macht ihr auch schon mit Super easy Viel Spaß und viel Glück an alle 5 verbleibende Okay, ich hab die nächste Mega Box 5 verbleibende Auch nichts Neues Dieser Bug, der ist so nervig Nervt der Bug dich auch? Der Bug nervt auch nochmal So 6 verbleibende Ich hoffe es ist ein Brawler Und keine Kein Gadget Und es ist das Gadget für Der Neytair Ja, also auf jeden Fall Das erste Gadget ist schon mal am Start Aber bis jetzt gönnt der Brawl Pass Bei mir noch nicht wirklich Bis auf Genius Habe ich nicht wirklich viel gezogen Aber wir haben ja noch ein paar Jams dann übrig Also wir haben extra ein paar mehr aufgeladen Dass wir uns dann nochmal ordentlich was gönnen können Und ich sag's dir ganz ehrlich Ich bin schon fast bei Stufe 70 angekommen Also ich hab noch eine Mega Box hier Und die 500 Powerpunkte Und da hinten nochmal 500 Powerpunkte Das war's dann Also bei mir hat der auf jeden Fall Richtig gegönnt Muss ich ganz ehrlich sagen Warte mal Warte mal Ich öffne mal die Big Box Was? Alter Ich hab einfach Mecha-Paladin-Surge aus der Big Box gezogen Trappler Läuft bei dir Trappler Dieser Skin ist so krass Und das war jetzt die letzte Mega Box aus dem Brawl Pass Heftig Ich hab echt nicht viel gezogen Muss man ehrlich sein Da stimmt es Jetzt war da noch nicht so viel drin 5 Gönn jetzt mal bitte einmal 9 Neun verbleibende Ich hoffe du ziehst nichts Weil ich will das auf jeden Fall gewinnen Und den Bums So, jetzt neun verbleibende, pass auf, und? Okay, 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 okay. Ah, der gönnt einfach keine neun. Wie sieht's bei dir aus? Äh, ja, also ich bin soweit schon mal durch und würde jetzt mal eben Pause machen, weil ich echt blimsen muss. Also wenn's okay ist für dich, gehe ich kurz schnippen und betreffe uns gleich wieder. Ich habe noch 400 Gems übrig und dann öffnen wir den Rest. Okay, soll ich weitermachen oder soll ich Pause machen? Ja, mach weiter, für die Unterhaltung. Okay, let's go, Leute. Der Poki hat ein komisches Geräusch gemacht und musste einmal ganz schön auf Toilette. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Let's go, jetzt gönn neun. Fünf verbleiben, oh man, ey. Ah, sechs verbleibende, oh mein Gott. Und jetzt bitte kein Gadget, bitte nicht, bitte nicht. Karli-Klo-Schüssel. Der soll mal hier neun gönnen, der blöd Mann. Irgendwann später. So, Poki, bist du wieder da? Ja. Sehr gut. Bist du durch schon mal mit dem Brawl Pass? Ich weiß nicht, was ich gezogen habe. Was denn? Zwei Legendäre. Hm, wahrscheinlich. Nee, Spaß. So, wir können weitermachen. Ey, hab wir noch was. Frißt der da einfach gerade die Banane da auf, aber ich fasse es nicht, ey. Hast du noch ne Megabox oder so? Ne, ich könnte mir nur wasche kaufen, aber... Dann warte, ich öffne mal hier weiter. Okay. Let's go. Come on, gönn neun. Fünf. Ey, diese scheiß Zahl. Ich habe nur Karli-Klo-Schüssel gezogen. Boah, gönn die, Alter. Ey, ich kann aber noch drei super seltene ziehen. Okay, okay. So, jetzt neun, pass auf. Und jetzt gönn neun, komm! Was ist denn heute los mit diesem Opening, ey? Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt muss ich mal was powern hier. So, wir können weitermachen. Letzten Gems rausbuttern. Buttern wir raus, ne? Let's go. Angebot hast du auch, oder? Ja, komm. Okay. Let's go. Drei, zwei, eins. Jetzt gönn noch mal hier. Fünf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und? Fünf. Fünf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will den legendären, ey. Okay. Oh, warte mal. Scheiße. Weißt du, was ich vergessen hab? Deswegen hab ich so wenig Lack gehabt. Ich hab Creator Code Pookie nicht eingetragen gehabt. Oh mein Gott. Oh ja, siehst du, direkt sechs vom Lack, wenn du das funktioniert. Der erste Ball aus Rico. Leute, gebt Creator Code Pookie ein. Wenn ihr auch Nani ziehen wollt, let's go! Alter, das war grad so lucky. Ich geb einfach direkt den Code ein und direkt danach... Und schon wieder sechs vom Läubende. Direkt danach kommt das Lack, Alter. Was ist denn da los? Okay, jetzt zwar nur ein Gadget für Brock, aber ist auch nicht so schlimm. So, zwei Kisten hab ich, glaub ich, noch. Äh, nee, leider nur noch eine. So, das ist meine letzte Kiste gewesen. Ich kann jetzt noch zwei Big Boxen öffnen. Kaufst du dir nochmal Jams oder was? Ich brauch noch welche, das kann man nicht durchgehen lassen. Was sollen die Leute sich da angucken? Nicht erzogen. Ja gut, das ist halt einfach kacke. So ein Ding ist das. In der Tat. Ah, shit, Alter. Gags, come on, jetzt gönn noch mal neun. Ah, Junge. Ja, fünf. Bruder, ich hab nichts gezogen in diesem Opening. Das ist schwach, das ist schwach. Nochmal fünf, Digga, das ist doch lächerlich. Oh, Junge, es ist so lächerlich, Leute. Es ist so lächerlich. Guckt euch mal dieses Opening an. Also, da hab ich auch schon bessere Openings gesehen, ganz ehrlich. Für 200 irgendwas Euro. Ich sortier mal nach Seltenheit. Gut, ich hab jetzt einen mythischen, zwei epische. Und, äh, ja, alle Superseltenen und alle Seltenen. Ey, haben nur Müll gezogen. Perfekt. Ja, das stimmt. So, Leute, das war's mit dem Video. Check Puky Signs ab. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.